Hey Leute, ich bin's wieder, euer IC und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Angelnews. Da war's mal circa ein bis zwei Wochen ruhig und dann kommen sie zum Maibeginn Schlag auf Schlag. Zack mit neuen News, River Fighters mit neuen News, Big Al und seine Monkey Lurs mit neuen News und das alles in diesen Angelnews, Leute. Aber ist ja klar, Raubfischsaison hat angefangen, 1. Mai ist wie der Glockenschlag für uns Angler. Wir wachen aus dem Winterschlaf und starten alle regelmäßig ans Wasser, aber ich genieße es im Moment so, wie es ist. Jeder zeigt sehr gerne seine gefangenen Fische, jeder geht gerne ans Wasser, alle sind gut drauf. Das ist einfach geil, besonders in der aktuellen Zeit. Aber das sind die News in der aktuellen Angelnews. Zack mit neuen Neuigkeiten, River Fighters bringt Angelshop an den Start, Big Al mit neuem Monkey Lurs Kanal. Angler haben Sorgen in der Corona-Phase und keine News im Moment ohne verstorbenen Angler. Karpfenangler beim Angeln. Verstorben. Und falls auch du immer auf dem aktuellsten Stand der Angelszene sein willst und keine Folge Angelnews mehr verpassen willst, dann lass jetzt ein Abo da und sei immer live dabei, wenn es heißt Angelnews. Alles rund ums Angeln. Leute, letzte Woche Zack Fishing bringt ein neues YouTube-Video raus. 25 Minuten mit neuen News als Nachschlag auf das letzte News-Video, worüber wir berichteten. Zack 2.0. Der Imagewechsel von Zack, während der Hauptbestandteil des Videos im letzten Teil nur die neue Klamottenmarke von Zack ist. Wer Bock hat, findet das natürlich auf der aktuellen Zack-Seite. Wurde auch thematisiert, Leute, dass der Podcast ab Mai regelmäßig wieder starten wird. Wer Bock hat auf einen Zack-Podcast, schaut da doch gerne einfach mal rein. Dazu gab es noch andere wichtige Themen, die für uns Angler wahrscheinlich auch recht interessant sind. Und zwar ist es einmal das Zack Plus, das eigene Videoportal von Zack Fishing, in dem hochqualitative Videos von den Zack-Team-Anglern etc. von Zack entstehen sollen. Das Ganze soll kostenfrei passieren und Zack Plus soll ab Mitte Mai an den Start gehen. Die Videoarbeiten und die Dreharbeiten für Zack Plus sind im vollen Gange. Dabei soll einiges der Videomaterialien auch noch auf YouTube veröffentlicht werden, wie zum Beispiel Tutorials, die auf Zack Plus erscheinen. Womit dann auch gezeigt wird, dass die YouTube-Kanäle natürlich weiter bespielt werden, aber wenn man keine Werbung haben möchte etc. Man rüber zu Zack Plus gehen kann. Man sagt im Video, dass Zack Plus vielleicht wöchentlich bespielt wird. Wie oft und was genau passiert wird, wird man dann noch sehen. Ich bin sehr gespannt auf den Start im Mai mit Zack Plus. Dazu wurde nochmal kurz der Adventskalender thematisiert, in dem nochmal gesagt wird, hey Leute, es wird nicht nur ein Raubfischkalender geben, sondern es wird auch ein Welskalender geben. Für Welsangler, wo natürlich nicht nur Kunstköder drin sein können, aber man wird trotzdem versuchen, 24 Türchen kreativ für Welsangler zu füllen. Also können sich nicht nur Raubfischangler auf einen anständigen Kalender freuen, sondern auch Welsangler. Und als letzte Info, die ihr noch mitnehmen solltet aus dem aktuellen News-Video von Zack, ist das Zack Mag. Und zwar nicht nur, dass das Zack Mag gut angenommen wird und das Zack Mag immer weiter wechselt und wechselt und wechselt mit Informationen, auf die ihr weiter umsonst zugreifen könnt, sondern es wird auch an einer App gearbeitet, die ihr nicht nur online benutzen könnt, sondern dass, wenn ihr online seid, im WLAN etc. mit eurem Datenvolumen, könnt ihr die ganzen Informationen vom Zack Mag App, von der Zack Mag App herunterladen auf euer Gerät, damit ihr offline auf die ganzen Informationen zugreifen könnt. Spitzenmäßige Idee, weiter so. Ich bin sehr gespannt, wann diese App erscheinen wird, aber ich finde geil, dass daran gearbeitet wird. Nachdem ich letztes Mal schon über John Chounce berichtet habe mit seinem neuen Team River Fighters, welche die Welterschaft der Angelszene an sich reißen wollen, ist jetzt letzte Woche der River Fighters Shop an den Start gegangen. Dort könnt ihr wirklich allerlei Angelmaterial erwerben, nicht nur in Sachen Raubfischbereich, sondern auch Routen, Angelstände, Zubehör, Kleidung, Boote. Schaut einfach mal rein, Leute. Es gibt so viel, was ihr dort entdecken könnt. Und damit haben wir einen neuen Shop am Angeluniversum, der mit den anderen großen Shops mitspielen möchte. Viel Erfolg dabei, River Fighters. Ich werde auf jeden Fall vorbeischauen und vielleicht das ein oder andere Angebot mitnehmen. Letztens haben wir noch darüber berichtet, wie Dietmar Sayas mit einem neuen Angelkanal an den Start geht. Und diese Woche erleben wir, wie Big L mit seinen Monkey Lures auf YouTube mit einem eigenen Kanal an den Start geht. Dort werden einige Sachen erklärt von Gummifisch aufziehen, Verlauf von Ködern etc. Alles zur Kollektion Monkey Lures. Könnt ihr jetzt also gespannt sein. Den YouTube Link zum Kanal findet ihr natürlich unten in der Infobox. Einfach mal abonnieren, auschecken und schauen, was dort alles präsentiert wird. Sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Angeln boomt mehr denn je. Das sieht man nicht nur an der Szene, glaube so wie die Szene im Moment abgeht, so heftig, weil die sind noch nie vertreten. Sondern es ist einfach so, dass Corona bedingt viele Hobbys nicht mehr umsetzbar sind. Angeln hingegen ist immer noch umsetzbar. Man kann es alleine durchführen. Man kann es mit Abstand durchführen. Man kann es an der frischen Luft durchführen und es gibt einfach keine wirklichen Einschränkungen, warum man Angeln nicht durchführen sollte. Jetzt macht man sich allerdings in der Schweiz Gedanken. Bei einigen Gewässern viel mehr Angler kommen ans Gewässer, aber der Fischbestand geht zurück. Das liegt nicht nur an Corona, sondern auch am Klimawandel, Erwärmung, Erhöhung der Pestizide, Veränderung der Gewässer, viele verschiedene Einflüsse. Die Sorgen kamen in der Schweiz auf, aber wahrscheinlich hatten auch schon viele, viele andere Angler diesen Gedanken. Hey, immer mehr Angeldruck durch Corona. Ist das gut für den Fischbestand? Komme ich überhaupt noch an meine Fische ran? Mich würde in diesem Thema speziell mal eure Meinung interessieren. Was denkt ihr? Angeln in Corona? Glück oder Segen? Viel mehr Angelleute, die angeln gehen. Wird der Boom aufhören, wenn Corona wieder vorbei ist? Ich hatte bisher noch nicht das Gefühl, weniger Fisch zu fangen, nur weil es mehr Angler gibt. Ganz im Gegenteil, ich fange im Moment eigentlich ganz gut, aber vielleicht angel ich auch einfach zufällig an den richtigen Gewässern. Wie ist es bei Gewässern mit sehr hohem Angeldruck, wie zum Beispiel Rhein, Weser, den ganz großen Flüssen etc.? Wie habt ihr da das Gefühl, Leute? Erzählt doch mal eure Meinung. Wird mich da schwer interessieren. Den Bericht zu dem Artikel, Angst beim Angeln wegen der Corona-Phase oder eher genackte Sorge, verlinke ich natürlich unten in der Infobox. Bisher leider keine Angel-News ohne einen verstorbenen Angelkollegen. Und dieses Mal in der Region Spremberg, ein 21-jähriger Angler, der wahrscheinlich auf Karpfen angeln wollte, wurde im Wasser leblos geborgen. Das Fehlen des Mannes ist aufgefallen, nachdem er am nächsten Tag nicht zur Arbeit erschienen ist. Und man hat dann sofort die Suche gestartet, bis man ihn im Gewässer nach einer langen Suche gefunden hat. Der Mann war anscheinend mit zwei Booten unterwegs und wollte auf einer Insel fischen. Diese Boote sind sehr wahrscheinlich, haben sich irgendwie losgelöst, sind davon geschwommen. Der Angler wollte hinterher schwimmen und hat dieses leider nicht überlebt und ist leider ertrunken. Ein Fremdeingriff wird von der Polizei ausgeschlossen. Mein Beileid und viel Kraft an die Angehörigen. Und das waren die Angel-News für die letzte Woche. Es ist wieder viel passiert, Leute. Es ist wieder viel passiert. Es kam Schlag auf Schlag. Leute, falls ihr natürlich keine Folge Angel-News verpassen wollt, dann lasst ein Abo da. Oder falls es euch gefallen hat und einen Daumen nach oben würde ich mich sehr freuen. Und dann gleichzeitig auch natürlich ein Kommentar speziell natürlich über die Entwicklung des Angelns in der Corona-Phase. Was ist da eure Meinung? Falls ihr am Wasser seid, Leute, ein dickes, dickes Petri. Viel Erfolg beim Start der aktuellen Raupfisch-Saison. Passt auf euch auf, bleibt gesund und einen dicken Kuss an euch da draußen. Euer IC. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.